Moin, hallo und willkommen zurück zu Invisible Inc. Ich musste mal einen Rewind machen, weil der Dude will hier lang und ich weiß noch nicht genau, wo er hin will. Ich muss mich erstmal hier hinstellen. Kannst du hier durchgucken? Kannst du da durchgucken? Ne, kannst du nicht irgendwie, ne? Hmm. Der Dude läuft da lang und wo will er hin jetzt? Der will da hoch, ne? Der läuft den Weg da lang, ja. Bis dahin. Dann stell du dich mal dahin. Wobei, ne, noch nicht. Erst wenn er da wirklich, ähm, wegläuft. Dann gehst du mal hier in Deckung. Dann kommst du auch hier in Deckung. Aus dem Raum ein bisschen raus. Das Monster steht natürlich direkt vor der Tür. Das ist nicht so toll, das ist. Ganz schlecht. Es sind eine Menge Professoren unterwegs jetzt hier. Laufst du immer noch dahin? Der läuft bis dahin. Ich weiß noch nicht genau, ob er da noch weiterläuft. Der geht da lang. Der geht da lang. Das ist alles okay. Das könnt ihr ruhig machen. Ich muss nur hier raus. Sehe ich nicht mehr. Der ist raus. Die Drohne ist auch nicht super. So, guck mal durch die Tür. Ich seh' nichts. Ich stell' mich jetzt mal hier hin. Das blöde ist nur drei Runden abwarten, ist auch nicht gut eigentlich. Vielleicht war das Warten nicht so gut. Das steht direkt vor der Tür. Das Problem ist, wie kann ich den jetzt ausschalten? Der geht wieder zurück jetzt. Lass ihn mal laufen. Der geht da hin. Das ist immer nicht so toll. Boah, der hat noch eine Armor mehr. Geht das was? Hat der jetzt wirklich noch eine Armor dazu gekriegt? Ne, der ist auch lax. Keine gute Idee gewesen. Ich muss hier einfach raus. Das ist alles, was zählt jetzt hier. Das Problem ist, ich kann den nicht K.O. schießen, glaube ich. Warte mal, wer hat denn jetzt... Ach, du hast eine Knarre dabei. Ach, da waren nur zwei Armor-Piercing. Das reicht nicht. Ich probiere das jetzt so aus. Ist egal. Er ist weg. Ist er nicht. Der kommt wieder zurück. Das ist nicht gut. Das Problem ist, wenn er sich umdreht. Ich probiere das jetzt aus. Ne, der hat die falsche Waffe, ne? Ist equippt. Kann ich die denn direkt nutzen? Ne, kann ich nicht. Hier im P-Pack. Hm. Das ist nicht gut. Ich komme da nicht durch seine Rüstung mit durch. Das war blöde. Nochmal Rewind. Müssen wir meine Agenten genauer angucken. Das Problem ist, sobald ich schieße, ist hier Not am Mann. Ich muss hier aber raus. Und zwar ganz schnell. Ich habe schon wieder viel zu viele Dinge zu verbraten. Wer hat denn hier die Breaker? Du hast einen normalen... Du hast einen Breaker. Du kommst nur durch drei Rüstungen durch, ne? Du kämpfst durch, wenn du eine Ladung hättest. Cooldown drei Runden. Und du hast... Du hast Armor-Piercing drei. Das war ich trotzdem nicht. Der hat Armor-Piercing sechs. Ich müsste mit dem Guard hier dran vorbei. Ich dürfte den nicht ausschalten. Aber wie mache ich denn das? Vor allem, weil ich so wenig AP habe. Mit dem Cloaking-Divars komme ich halt weg. Das ist kein Problem. Du bist langsamer, weil du so viel trägst. Wie viel hast du dabei, Monster? Du hast nicht wirklich viel dabei. Du bist voll. Du bist auch voll. Ihr seid alle voll, ne? Du bist sogar überladen. Dann gib mal Monster die Spritze. Dann bist du ein bisschen schneller unterwegs. Okay. Sie fragt mich, dass ich es im geblieftesten mache. Ich kann ihn ja nicht umhauen. Monster muss zuerst abhauen. Ich muss 20 Turns durchhalten. Wirklich Stufe vier. Das wird aber richtig hardcore hier. Ich weiß nicht. Ach ja, ich gucke jetzt einfach. Irgendwie muss ich ja vorankommen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Er läuft in die Richtung. Drohne verschwindet da. Hm. Wie komme ich jetzt im geschicktesten? Komme ich hier noch weg? Ich weiß nur nicht genau, ob er mich da sehen kann. Ne, da kann er mich eigentlich nicht sehen. Ich muss... Ich muss das nutzen jetzt. Das ist das Einzige, was zählt. Du kommst da nicht weg. Du kommst jetzt auch nicht weg. Du könntest weg. Dann machen wir das so. Du gehst da hin. Und ihr stellt euch auf die Dudes. Ihr müsst auf die zweite Runde warten. Oh, Kacke. Da kommt auch noch einer. Jetzt habe ich schon ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Da durch. Gar nichts zu sehen. Du gehst da hin. Kannst du noch um die Ecke gucken? Sieht gerade sauber aus, okay. Raus hier. Du stehst da jetzt im Weg gerade, ne? Kannst du noch weiter? Ja, kannst du bis dahin. Aber nur... Stell dich mal da hin. Manchmal steht jetzt nicht gerade beliebt hier, muss ich sagen. Kannst du mal durch die Tür gucken? Wer steht jetzt da? Geht wieder zurück. Ja, schon. Bis wohin kämpfst du denn? Das weiß ich gar nicht. Du kommst bis dahin. Bei dir kann ich das nicht sagen. Du stellst dich da hin. Okay. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich weiß jetzt leider nicht, wo die Drohne ist hier. Das irritiert mich ein bisschen. Oder macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber wie war das, wer nicht wagt, der nicht gewinnt? Okay. Ich muss euch jetzt mal aus dem Baum hier rauskriegen. Ich bin leider ein bisschen leise. Tut mir leid, Leute. Ich bin hier total gerade konzentriert. Versuche hier einfach wegzukommen. Also das ist alles, was zählt gerade. Einfach nur weg hier. Komm dich mal um. Kannst du da nichts sehen? Okay. Kommst du da hin? Du gehst, äh, da hin? Ihr müsst da stehen bleiben. Ich hoffe nur, hier kommt keiner durch die Tür. Sonst habe ich echt ein Problem. Wir sind jetzt in deiner Location und bereit für den Transport. Ich höre sie. Nicht daran zu erinnern. Aha, aha. Laut zu sehen, dass ich hier wegkomme. Und zwar ganz schnell. Wo ist die Drohne? Man scheint nicht da. Man kommt hier bloß weg, Leute. So, ihr beiden müsst da noch stehen bleiben. Da ist die Drohne. Okay. Die Drohne muss ich da noch hacken. Ich muss erst zusehen, dass ich hier wegkomme. Im Raum stehen ist das auch nicht super. Komm, du stellst dich da hin. Wo läuft die hin? Die patrouilliert da. Dann stellst du dich da hin. Du gehst da hin. Du da hin. Und ihr beiden müsst gleich nachkommen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Kommt schon, Mädels, hierher. Wir wollen abhauen. Wir müssen hier unbedingt weg. Kannst du dich nochmal umschauen? Die patrouilliert da lang jetzt. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, was sie für einen Radius hat, ne? Die hat einen breiten Radius. Ich hab grad irgendwas gehört, was mir nicht gefällt. Tür zu. So, in der nächsten Runde bin ich weg. Mein Glück hat das so gut geklappt. Jetzt bloß weg hier. Und raus. Was für eine Mission. Da hab ich echt Glück gehabt. Und im letzten Mal lief die Mission nicht so toll. Sneaky rein und sneaky wieder raus. So muss das sein. Warte mal. Schaden specken wir noch. Noch ein Dartgewehr. Amore Piercing 2 ist an sich gar nicht so übel. Das Charge Pack müsste ich eigentlich sogar mitnehmen. Ja, Amore Piercing wird eigentlich langsam echt sinnvoll. Aber nur 2 Amore Piercing ist ein bisschen wenig, ne? Und lädt sich alle 7 Runden auf. Ne, das lassen wir. Ich weiß, das ist nämlich genau das, was jetzt Monster mitgenommen hat. Kriege ich das eigentlich wieder? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Oder hat er mir das zurückgegeben? Ich weiß es gar nicht. Hm. Ich guck mir die Organsnummer durch. Aber ich würd sagen, das sind wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.